An meiner Passion! Fest steht, wir können nicht kapitulieren. Das wäre niemals im Sinne des Führers. Und wir sind seinem Willen verpflichtet. Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Sonst haben wir jede Chance verspielt. Sie wollen doch nur Ihren Kopf halten! Ich verbitte mir diesen Ton! An meiner Passion!